Bonjour les petits enfants. Maman va vous raconter une histoire. Histoire de Suzette est une belle histoire. J'espère qu'elle vous donnera beaucoup de joie. Et je vous aime. «Was ist das hier? Das ist ja die Erde. Bin ich da ganz alleine? Es hat runtergeschaut und hat weit unten das Gras gesehen. Guten Tag, wie heisst esst du? Ich bin die Wiese und du. Wie heisst es Suzette? Ich bin die schönste Blatt des ganzen Baum. Schau her, wie schön ich bin. Aber das Jahr ist die Gletschung vorbei gegangen und die Suzette hat angefangen zu welchen. Der Herbst ist gekommen und der Wind hat angefangen zu blossen. Ein Blatt nach dem anderen ist oben runtergefallen. Aber Suzette hatte sich ganz fest. Es hat nicht gelogen. Aber der Wind ist noch stärker gekommen. Und Suzette hat sich nicht mehr möglich. Sie ist runtergefallen. «Hey, was machst du da, Suzette? Wiese, magst du dich sehen, wo ich noch hier oben bin? Oh, der Wind hat schon fortgetreten. Suzette, geh nicht fort, bleib da! So, sie ist hin und her geflogen. Bis es endlich in eine Strossenegge gefallen ist. Ganz allein in der Nacht. Dort, wo das Herz gezeichnet ist, mit einem verbrochenen Pfeil. Ich habe dich gerne. Ich bin wirklich ganz allein, hat sie gesagt. Es ist niemand mehr. Niemand mehr, der mich gerne hat. Gar niemand mehr. Hey, du, Büsse, kannst du mir ein bisschen Liebe geben? Nein, du bist genau gleich, wie alle Menschen auch. Gehst du lieber in den Köbeln suchen? Bin ich da ganz alleine? Da ist ein kleines Mädchen vorbeikommen. Und sie solltet sie schluchzen. Hat mich da gar niemand mehr gerne. Was ist da los? Hat sich das Mädchen gefragt. Und hat es platt aufgelesen. Sag, wie heisst du? Ich heisse Suzette, hat es platt gesagt. Bin ganz alleine. Und es hat mich gar niemand mehr gerne. Komm, Suzette, ich tue dir meine Bibel. Dort, wo es steht, mach für die anderen das, was du möchtest, dass man für dich tut. Und heute, Sarah, ist das Blatt im Buch. Dort auf dem Schaft mit dem Büsse. Schön an der Wermi, wie es Mädchen gelesen hat. Alles, was du möchtest, dass man für dich tut, mach es für die anderen. Mach es für die anderen. Alles, was du möchtest, dass man für dich tut.